... in Baden. Und dort inszeniert Ö1-Moderator Otto Busati den Ur-Faust. Der Otto ist ein Wahnsinniger und das ist aus meinem Munde natürlich ein Ehrentitzel. Ja, du fühlst dich auch zurechtgeschmeichelt. Und ich halte mich dann hier auf oder so. Es wird ein bisschen zu viel gesoffen, bin ich draufgekommen, aber wer werfe den ersten Stein? Das ist realistisch. Das machen wir ganz realistisch. Ja, aber natürlich, es wird so viel gesoffen. Alles, wen wirklich will er hin, ist er raus. Ja, wirklich. Es war der tollen Result.